die dabei sein wollen am 14 august wir haben schon so 32 34 supporter der dabei sind dankeschön kader dankeschön jackie ihr macht das ihr zu krass gerade ich weiß was ich noch so machen soll erneuer 99 rosen machen was das wollte ja was das wollte haben was wollte haben freunde schreiben was ihr haben wollt rosen aber was größeres was sagst du vanessa und ina wer ist vanessa und ihres ina das vollkasten das ist schon lasbisches partner und der natürlich künstlich beruf befruchten lassen wir machen schon länger tik tok kaputt natur heißen die hochschwanger gewesen und die eine auf einmal hatte so gepostet kam nichts von denen alle waren so mein gott baby ist das baby ist dann haben die post macht meinten die ist die wies nicht da aber ich weiß nicht genau wer aber der eine die nicht schwanger ist ist ein krankenhaus und sieht nicht gut aus zu sehen ok die ist hochschwanger kurz vor der geburt und dann kamen dings irgendwann an allerzeit versorgen macht verständlich und dann kommen irgendwann so ja ihr geht es ein bisschen besser sie ich weiß nicht ob sie ansprechen ich weiß nicht genau ob sie das aber die meint es geht ihr auf jeden fall etwas stabiler und so und dann hat die eine das baby bekommen und die andere konnte nicht dabei sein und so voll traurig ist krankenhaus ist kaum ansprechbar ich glaube was hat was heißt stroke ich glaube jetzt ja ist ansprechbar ja okay ist ansprechbar aber ich glaube die hatte irgendwo hashtag stroking gemacht ganz kurz gerade ich mache was willst du haben kann ich mach drei was du haben willst aber das heißt die nicht schwanger ist war dir ging es nicht gut ja ja krass weil die andere ich dachte auch erst mal die anderen und den schlaganfall auch mit der geld erzählt wäre das der schwangeren passiert für das baby wahrscheinlich gleich rausgenommen werden hafer kassel vor sondern monate und dann kommt das baby und das war nicht dabei ja es sind die wurden das koma gesetzt was geht der boss ist krass ok krass noch zu sterben ja auch noch mal krank die arme ja es ist so krass wer das leben spielen kann auf einem auf einmal ist es gelähmt ach du scheiße was schreiben alter das passt aber wirklich gar nicht wir reden gerade reden gerade aber ich wusste was richtig krass ist so wahrscheinlich immer rein kacka muss sein papa sein loch zugeklebt hat das machen wir jetzt hier rein ne party hat man die kann swan sweet dreams kann ich mal mal ganz kurz ich mache ich mal ganz kurz wenn er ab jetzt noch finger hart schicken ab jetzt noch hin als oma lo einmal auf wieder back der bräber auch kannst du es einmal schon mal da lager abgecheckt ok freundin daily dosis finden mein bester ich habe dich lieb dank ist immer dabei was wir jeden abend hier auf tik tok live kurs an dich und wir haben dich ganz so lieb dass wir mal dabei bist und hier support ist mit allem was du kannst daily dosis sehr stark ganz kurz freunde meine haare näher school die stört mich nicht die müssen ein bisschen kürzer vielleicht aber ich will ja vielleicht länger wachsen lassen nach hinten machen freunde ab jetzt 900 finger hart ist das zu viel 900 finger hart aber jeder kann machen auch roda ist auch dabei roda auch dabei macht auch finger hat freunde nur noch finger holz schaffen wir das ist zu viel jenny ist auch dabei was gab jenny dankeschön für die finger holz dankeschön mag der für die finger hat mal finger hat ja freunde ich habe euch alle lieb natürlich marcel ich habe auch die ganze riga fern jeden jeder der hier ist hier kein plus mehr hat habe euch lieb ja nena auch manchmal das was meine dass du manchmal ist eine brille ich brauche wirklich eine brille eigentlich zu gehen ist herr lena soll ich von allen grüßen alle wollen dass du dich zeigst und dass sie dich lieb haben woher kommst du ursprünglich hast hannover outfit check von lena jogging hose was das t-shirt auch rona ich freunde wochen ist nur noch wir brauchen ist nur finger hat noch 800 finger hat ja wir sind einfach jeden abend kurz live eine brille würde mir stehen das ding ist wir sind wir sind in griechenland und ich habe einfach meine sonnenbrille vergessen dinge kann man so los sein ist auch ein bittner echt ja lock auf der haus ich habe ich habe ich habe sogar nur diese grüne weil er wollte er oder macht action freunde auch oder hält auch oder nur noch 750 finger als noch 750 finger hat jeder kann mit jener kann mitmachen ich finde es wirklich geiler als matches zu machen was aber nur so weit gehören sie sind dieser und dieser wunderschöne machen bei menschen immer so ist so immer so aber das ding ist natürlich kann man natürlich nicht alles zu gehen ohne menschen außer außer haben manchmal leute aus und immer schicken random voll viel so bin ich habe diese zusammen damit mega gut freunde freunde oh 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 wer hat hier eine truhe gedroppt wer hat eine truhe gedroppt ach carl der brille oha ehre man freunde ihr könnt euch mitmachen mit der wir können damit machen ein kader hat euch 200 die menschen augen lukas ja das stimmt haben erst wieder wieder live gehen mit mir kardos nicht aufgeladen oder ich kann nicht ich kann nicht mehr mit meskens match gehen oder münzen los king universum schick mal schick mal und ich mir fehlen auch nur noch 133.000 punkte zur rangliste egal wir machen wir machen und wohin geht es wieder kader immer im flugzeug mal dieven und ich habe immer noch nicht einmal dieses net bekommen frech aber er oder lang für jetzt ein finger hart aber hast du bock gerade auch mit dabei zu sein am 14 august wenn wir alle attacke machen marcel doch natürlich auch sehr gerne da bist du dabei mango weiß ich auch mango mango ko ich will auch mal nach korea wo diesmal schickst mir bitte ein bild für aus korea ok auf instagram erinnert mich einfach am 14 august ist es in zwei wochen erst alle mehr menschen kannst du wenigstens einmal bitte für clemens und für hallo sagen wunderschöne lieblingsserie was geht das wieder los erst mal der match wir match gemacht wir haben nur über serien gesprochene story of things dies dass oder bei explana blablabla match drin mit emra und dann z5 still match zu ende wir reden immer über wir reden immer über freunde brauchen noch 600 600 punkte gerade gerade hat euch der ehrenmann kann eine truhe gegönnt ja schaffen wir noch 600 punkte 600 finger hart meine ich 600 finger hart wie trinkst du hä ich trinke ich dann sweetlana ist back und auch dankeschön sera für den first gift ever freunde aber wenn ihr was schickt ich gerne finger hart finger hart für die wunschliste freunde finger zu wünschen damit jeder mitmachen kann space kript dankeschön lisa dankeschön für die finger als kader ein bester auch danke für die finger als beruflich was was eigentlich beruflich kader noch nie gesprochen beeilt euch mister universum der pusher jesse freunde der pusher was glaubt ihr passiert uns 25 was passiert da war gute frage hoffentlich kommt er die zurück ich habe auch er die sohn süßer wirklich so lieb irgendwie ich werde wenn ich sagen herr doch kann das sagt 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 los 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 ich will es wissen paulo verschwunden schon wieder dieser lukas auf einer for you page jones breezy schlimm schlimm freunde morgen kommt ein neues risk management doch warte mal also das andere nicht sagt wenn ihr wisst ihr als senior manager scm ist ein käfer ich höre ich höre immer käfer in ihrer in ihrer wohnung was machst supply chain management supply chain management muss man muss man mal erklären die jahre meyer freunde schaffst du es den rest des filmen nicht mit deiner haare zu fassen niemals freuen wir haben fast die hälfte geschafft nur noch 500 finger hart noch 500 finger hart neues lied dieses jahr safe dieses jahr safe ich weiß noch nicht ganz genau wann aha ok kannst du die idee klar spaß für den hersteller meines autos was ich gerade noch fahre ja genau du bist übelst hot emily ach komm hör doch auf emily kurz zwei namen zweiten namen gelegt hä was ach alles gut oder alles gut danke für den ersten finger hartz wo auch noch 500 finger hartz ich bin 23 gerade geworden ja warum xxm 95 hätte ich schon weil ich ja wegen den haaren mit jerry meyer und so ihr wisst doch habe ich schon so ein paar mal so und herabkommen aber ich muss immer noch dieses dings machen die auch noch mal so oft weiß ich kann aber wenn du mir nicht bestellt bin ich echt sauer ich bin ich 15 niddi ist oder banks ich höre wenn ich leicht da auch nur mit nur dabei bist du diese selbst über diese serien serienaura ab alle schreiben aus der serien hier rein erfreunde oder banks habe ich noch nie richtig geguckt ich habe keine münzen mehr aurora arona sorry alles gut du hast alles gegeben kurs an dich dankeschön wir brauchen trotzdem noch 51 freunde egal wer was schickt wir brauchen noch 500 500 finger hartz und wir haben die wunsch ist wieder geschafft aber hier gesehen so viel dankeschön ja komm erzähl ja meinte und wir wurden heute erkannt auf samos und das war voll der liebe und hat so die bilder gepostet und wir haben jetzt sogar gepostet und es wird was ich was wir beide gemacht haben bis sie sich gepostet haben und wir haben jetzt auch mal ganz schön aber so rund 350 likes und 140 140 aber trotzdem tolle tolle likes jetzt hier ja das wäre echt crazy also freunde bleibt das bild von dem bray aufgeregt der war echt von der war ich aufgeregt also sagt das nicht ich war ich aufgeregt doch richtig cool meine war ich er war auch cool nur cool aufgeregt ich bin zwar cool ja so was zu treffen ist kein deutscher zum glück sonst gefühlt er ist echt wirklich eine coole insel echt eine sehr coole insel so viel dank für die finger hart wir haben wir noch 450 finger hartz nicht mehr viele finger hartz freunde er kann ich vali dank für den finger hartz wer bist du ich bin 23 geworden wir sind auf samos freunde auf samos oh ihan imi danke für den finger hartz first gift ever sent in this chat ich war voll erschrocken wie cool aus ja aber kannst du einmal eins machen ohne das so schwarz weiß warum dann muss mit farbe immer sehen ich hab's ein bild bis next band das bisschen größer gemacht ja wie krass oha ihan imi danke für die oha sie macht im alleingang jetzt danke für die ganzen finger hartz meine haare sind gefärbt ich habe gerade kein produkt drin wir haben aber gerade eine haarmaske gemacht deswegen aber es ist kein produkt drin ne ganz kurz war kare bist du eigentlich schon im flugzeug oder fliegst du jetzt gerade erst los soft of dank auch für die finger hartz dankeschön auch ein dickes dankeschön gerade werde gerade wer was was ihan war das doch wie ist ja ja es kommt gar nicht ich weiß ich weiß irgendwie danke für die finger hartz freundin nur noch 300 finger hartz wann gehst du wieder zum friseur von ich bin dann gerade am wachsen lassen meine haare ich denke mal ich werde erstmal jetzt meine haare wachsen lassen ein bisschen noch ich werde natürlich wenn sie oben ein bisschen kürzer machen mit die bisschen hier angepasst sind zu denen hier hinten ja und dann gucken wir mal wie sich entwickelt freunde jenny dank hat rona ich dachte du hast keine münzen mehr alles gut ihr müsst nur wer kann freunde alles gut ihr müsst nicht ihr müsst nicht ihr müsst noch nicht habe sonnenbrand auf ihren auf ihren neustunden noch und du kannst meinen streamen nebenbei sehen ich habe ein dickes herz an dich wir haben fast geschafft freunde fast geschafft nur noch 200 finger holz und mein letztens von sephora leno wir wollen irgendwas schnecken schnecken kann doch die willst du die durch das schnecken nein wir sonst schnecken 15 1 für die rosa ja wir brauchen wir noch die fingerhals fingerhals oha mit so herr und master ich mache mich auch ohne löffel im gönner modus kommt sie die cap auf jetzt weg ja ich überlege was ich mache ich auch machen wir machen echt coole bilder hier zu eugen die muss ich mal sehen wie cool wir machen okay schön cool danke für die wilde aber freunde stark 900 fingerhals schieft ihr seid die krassen wirklich sehr stark arona ihan mein dicker muss ja danke sagen hey wie soll ich danke sagen ist es schon wieder weg hier denkt da war rona kada finn marcel svetlana jenny immer ihan eugen space grip kurs an euch da draußen schick immer weiter sachen ich glaube der macht viel spaß eugen hat sich macht kuhn musst gehe vor die kamera damit du das bekommst nicht ich drinnen ich habe jetzt hier ab jetzt wieder nur noch rosen ich habe ein geschenk für dich witzig jetzt hier vor jetzt noch wieder alle rosen ich kann also ich finde ich ich weiß ja nicht weiß ich weiß nicht wie jetzt zum abend lena birne apfel aber es soll so richtig geile geben so mit keks und so was das schmeckt einfach nach das schmeckt wie ein baby riecht bist du top 10 top 10 rangliste schön wäre es schön wäre es alter ich bin 30.000 punkte von 99 entfernt von 99 entfernt aber muss du musst zugucken 14 august machen wir angefangen liste pro top 10 top 10 bin ehrlich top 10 kriegt man jetzt mit ungefähr 800 euro 8.000 euro 8.000 euro 8.000 euro ey wir uns back wir uns back aber man kann es schaffen auch ein bis zu kommen so aber auch mal ein kassen sport für alle jetzt combine alle meine supporter kombinieren für 14 august und dann geht's ab warum hast du schon tag sonntag aber habe ich schon was vor spaß geschickt aber ich kann es nicht sehen jetzt guck das ist das gold ist schon sehr sehr nice aus eugen kann auch nach nordhorn am 30 ja ein kommentar bei ein fußballspiel bis sie kriegen wir haben schon abgeschafft auch oder lang schon wieso dankeschön eugen ist ein top supporter jetzt rock'n'roll ich steckte wenn mich nicht haben in live sagt bescheid machen machen menschen ich 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 hole dir win ich wollte es hier live hat naja live mit mit so mit zum typen ich habe da gewartet bis sie menschen mache ich so ein match ist an ich war so wenn ich habe extra ich habe extra 10 kreuz aufgeladen er macht ja richtig action fast wieder 900 rosen geschafft spanish ola que tal como es das ola süß ich dachte du sagst süß süß eugen mach halt richtig spaß dann macht alles einmal aufprobieren der schwann ist schon sehr cool und die mussten drin sein von oben er job 1000 coins für die für die leute eugen ja freunde job von eugen in eugen ein follow für eugen bekommt man die kreuz eigentlich muss er jetzt draufklicken und dann kannst du drei minuten aufmachen ich kann einfach 1000 1000 coins also du hast es einfach du hast sozusagen den zuschauern hier 1000 coins gejobbt nochmal 2000 coins jetzt noch eine was also wenn ihr danach machen wir noch mal eine rosen challenge freude wenn wir die nicht schaffen enttäuschend soft hoff dank für deine rose vorgaben es gleich wieder geschafft wieder fast 1000 rosen noch hundert noch hundertfünfzig jetzt menschen am berth ist für die welt und poko und poko ich habe gelesen eugen der ehemann ist ja ehemann ist ja auch aber schon ehemann wir alle frausen gewinnen glaube es geht nicht jetzt mir dann für die rose und poko erster und poko noch er hat noch eine box getroppt 3000 kreuz für die leute der ehemann ok freunde 3000 kreuz für euch das schon stark das schon sehr stark eugen wie wir sagen ich hoffe ich hoffe das aufgelandet über die website oder nicht über die app safe nicht oha aurona haben einen top supporter gerade aurona kurs durch website wo du musst unbedingt über die website aufladen tick tock.de ist.com slash coins 30 prozent billiger ja es gibt da die dribbel moves die rabatt moves alles 30 prozent billiger oder so wenn man hier in uni schickt auf der website auf der auf der app kosten und irgendwie 550 euro auf der website nur noch nur 410 oder so freunde dankeschön von thunderhammer just wann sind freunde noch 100 100 rosen und in zehn sekunden ist ist die erste kiste da deswegen freunde macht die 100 rosen noch voll und dann kommt die nächste challenge randa dankeschön freunde noch zwei sekunden jetzt 80 leute können droht wer hat es geschafft wer hat es geschafft leer war es doch hier freunde kommen die leute rein der we go ja mann die boxen öffner die boxen öffner kommen hier reingeplattert ich sehe sie doch und alle die zahnspange haben oder hatten ihr könnt beschädigen dass wirklich aber die schlimmsten die schlimmsten schmerzen aber sind alle wollen öffnen deswegen er ist noch eine box kommt noch eine box und noch tausend münzen noch einmal dran tausend münzen ich will auch versuchen vier sekunden zeit und ich hab's nicht mehr vier sekunden jetzt neun coins habe ich selber bekommen freunde noch 40 roh sind noch 40 rosen stark wirklich einfach drei ich habe noch schulfreunde ist geschafft vero dankeschön aurona marcel chemist live malu mag das software flora sophie noch hat noch 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 eine box gedroppt als hat karen box gedroppt für tausend münzen was geht da ab gerade hier ich höre das einfach der gönner stream gerade danke für die ganzen mojitos leute sie bekomme ich die roh die 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 dinger vor der ab jetzt wieder 999 rosen wie schnell schaffen wir das euch doch nach roten steht noch eine box rein also die 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 rosen die box die kriegt nicht echt sondern die kriegen dann die zuschauer weißt du steffi was glaubt steffi eugen dank für die vier rosen mal gucken wie schnell wir jetzt die die nächste challenge schaffen tasche zwischen drei boxen wieder drin karl franz was gab karl franz antonia was geht freund unsere uhrzeit unsere uhrzeit in den chat yes sir alle fernmember brust wo sind die modes wo sind die modes 23 23 genauso genauso mag da finden neue songs von der reisungszeit dieses jahr ich muss einfach gucken wie ich will diese band fließe wie ist das ist doch wie das problem ist 50 prozent geschafft aber selbst kommt dieses jahr eugen dank für die ganzen rosen was bringt box in box ihr könnt da ich nicht haben es geschafft guten abend mr mann dir zeig mal wie es aussieht wie der wie das uni was dein lieblingsgeschenk auf tik tok lieblingsgeschenk der kleine der kleine löwe ist sehr sehr geil auf jeden fall tschüss digga eugen hat aber auch 336 rosen geschickt freunde die box wieder fast wir haben es ja fast geschafft wir haben es ja fast geschafft die boxen kriegst du kreis du kannst du hier was reinschicken für die coins dankeschön magi dankeschön aurona aurona hör mal auf jetzt dankeschön eugen dankeschön es namen ricks ich kann euch sagen dankeschön aurona eugen klipschit leer kader mein bester ich kann euch sagen was mein lieblingsgeschenk auf tik tok also der löwe ist auf jeden fall unnormal krass also das mache ich will es einmal reinmachen damit ihr seht was mein was mein lieblings ist das wird keiner schicken jetzt aber viel noch bis top 10 eugen überlegt mal das ist richtig krank tiktok rangliste ist geil ist krank ich bräuchte ich bräuchte jetzt noch vier universen vier universen für die rangliste für die rangliste das ist eine meiner lieblingsgeschenke ich mache aber noch mal wieder dass das hier links rein damit ihr mitmachen könnt eugen ich schickt ihr euch schickt ihr mal link von meinem stream wenn wir irgendwann rangliste sind der weg tschüss und eugen schickt so ein cycling paar irgendwo bist du gerade entweder ist der rat im restaurant oder oder am chillen aufnahme hast du nie bekommen oder ist der mann der ich glaube das zeichnen liegt noch nicht ich bin am chillen ich bin am chillen ich weiß nicht wie man wo man wo man gibt es gibt es gibt es gibt es richtig viele neue neue geschenke auf tik tok go wie viel kräuter der art der aufgeladen hast du hast du jetzt die website entdeckt sport sport noch ein train und sowas nächstes essen geht auf jeden fall auf mich antonio dankeschön eugen richtig steil paula ja man ich habe gehängt der hat jetzt website rausgefunden rabattcode ich bin tik tok tik tok einfach gedribbelt sind nicht ausgespielt ausgespielt sagt man das so ausgespielt haupt genommen und so wenn man durchgespielt 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 jan danke für die ganzen gekauft und er ist einfach tik tok hat das kam es ist außen eugen ist tik tok wurde geleakt jan danke für die caps mein bester freunde bald rangliste bald rangliste ich sag's euch noch den ist hier hallo wir machen miese haarkur gemacht dafür gut voll weiche haare jetzt wieder 50 prozent geschafft 14 k geschickt ich habe ich habe ungefähr so viel bekommen wie fast ein universum ungefähr ist insgesamt heute julia danke für die ganzen rosen auch an dich romi guckt in letzter zeit deine ganzen videos romi guckt in letzter zeit deine ganzen videos und es kommen alles kommt lena macht viel weiter es kommt noch ibiza block kommt noch drei videos freunde ihr müsst lenny marie auf youtube abonnieren und auch drei produkte werden wir machen das richtig richtig gut wir filmen richtig viel auf jeden fall hier ist die käme immer dabei sogar mit guten ton für euch weil wir das geschickt ich kann es noch nicht sehen weil so viele weil jan und auch die ersten dank fürs aufholen eugen die gleich wenn ich in die rosen wechseln siehst du siehst du ja neue geschenke die eugen geschickt hat jetzt gehen die rosen sind so viel dicker die rosen gehen nicht weg guck mal jan gegen eugen millionär gegen millionär voll witzig die beiden goldmine der gold der goldene regen travel with you das ist echt geil animation dubai war es sogar schüch noch mal travel with you das ist so glaube ich birthday cake happy birthday alter ich schwöre was hat eugen ist eigentlich aufgeladen alter 18 18 k und dann noch die 18 k und dann noch die 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 truhen der gedroppt hat alter gibt es gibt es wenn der wenn der nächste live ist schick ich auch wirklich auch ganz viel rein jan man dir mit der cap jan mein bester ich weiß doch du und dann du versuchst an eugen anzukommen aber das kann rankommen heute mein bester alles gut schon da kommst du auch noch hin auf jeden fall cap jeden fall ja man die kam die kamera das muss ich sagen ich kann was echt gut für einzige wenn man die kamera an macht dass man direkt so nah dran ist wir machen noch einmal eine wunschliste mit 999 rosen und dann ist wurde sich heute vorbei noch einmal 999 rosen ab jetzt das stimmt wenn sie haben was die wir gemacht haben das wird auch nicht mehr da schon erholen was was denn kannst du kannst du kannst die doritos diese oreo dinge sie haben wir essen heute ist schon nicht aber es ist week was hat er geschrieben kommen reek keine ahnung reek und ah reezes reezes ah reef und beef save das war diese coins ach so ja save reef und beef auf mich save aber könnte ich auch gut also ich hab Zeit und Lust ich reson war ich bin lehnen aber das sind die selben besitzer ich kann den mann den zweimal senden aufgehört aber ist okay freunde 999 hosen aber warum zählt das nicht mehr aber die anderen letzten dingen sendet glaube ich er mache ich gleich noch einmal 999 habt dich in düsseldorf gesehen sehr stark ja nie nina sehr starke kurs event ja freundlich habe ich habe heute nie gestern oder it in the day hochgeladen wollte ich eigentlich auch machen aber tickt auch seine wie kann man ganz kurz einfach den entwurf button zum story button end geändert natürlich habe ich aber dieses oder it in the day in die story gepostet und kunst nicht recover ein alter kann auch so lost diese app umgestalten alter ich kann den entwurf button zum story button machen und reflex gewesen aufgedrückt egal morgen kommt wie ein neues oder it in the day auf tik tok genau wie das könnte mein letzter anschauen und freunde 50 prozent geschafft dann hat dann 780 rosen tschüss vorhin nur noch 400 rosen haben es geschafft genau ich kann auch gerne auf den vorderbutton klicken wir sind auf jeden fall jeden abend eigentlich live ab und zu ganz kurz das erste mal alkohol getrunken habe ich so richtig in l.a. silvester von 220 bei 221 john eugen danke für die ganzen rosen ach man alter geht heute noch irgendwo eine hausparty keine ahnung luca danke für die controller und dankeschön auch an betty für die rosen habt ihr sender c dojo gehört natürlich auch kenne wie homophobik mal bitches geht er hast es gehört eugen die version die er gemacht hat fürs radio der so betonner betonner die zuwild sehr stark für die doch viel mein bruder was glaubt er heute war ein feld immer einfach so viele punkte gemacht nur durch rosen heute eugen einfach zwar fast 20k reingeballert für viele müssen viele müssen irgendwann mal zeigen wie im planet aussieht oder interstellar auch sie sehr stark aus auf jeden fall das song der auch tiktok hops genommen hops genommen der letzte golf heute abend eugen 21 kate geschickt älter jahre für mich auf mich nächstes mal john eugen brauchen noch 100 100 rosen von 100 rosen das wollte ich gerade machen 80 prozent das war so ein smarter move mit diesem ganzen doja dingster wooms da noch ein tor schießt der eugen kommst du auch zum dia cup am am 30 in nordhorn bisschen kicken wo noch 20 rosen 20 rosen noch luca john lena danke danke sie war auf ibiza aber phil bro was gab immer noch live natürlich ach so wali danke für die ganzen rosen mag da auch und loom danke auch willst du geschenke alles tschüss oh mein gott interstellar einfach boah digga das hat gesehen dass ein so ein krankes gift wie lange geht diese top 10 phil digga ich schwöre phil ist einfach bis wann geht das das geht immer eine woche lang die rangliste dann wieder neue hau aufnahme bitte mir schicken für mein bester ein herz für dich guck mal einfach schickt der interstellar das ist einfach mr interstellar ich schwöre interstellar sieht sehr krass aus ehrenmann lukas john bruder du doch auch die ganzen die ganzen rosen hier die rangliste geht immer jede woche von sonntagnacht wir haben die schon 1,8 millionen ja das ist auch aber das ist ja eingehackt ne 1,8 millionen sind 20.000 euro fast ist doch so lange für die also man muss immer angriff machen um sonntag 0 uhr 0 zum montag da muss man attacke geben muss man einfach alles zack 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 ey freunde meskel vielleicht singen messen kann ich nicht leicht gehen weil er zu stark ist ja freunde meskel ist zu stark mich ich kann dagegen nicht gewinnen der macht eine runde macht jede runde 10k minimum wo ist das bro schicks nicht ist viel zu teuer du hast doch schon doch schon 20 kam das kostet mal 10k junger hat eugen heck gefunden digga schickt nochmal 1000 coins für die für die die leute marco marco du hast viel was viel verpasst einfach reingeballert viel koppelt interstellar hier rein nein was aber reingeschickt aber keine animation animation nicht animation nicht animation nicht animation nicht ich will refund für eugen ich habe nicht gesehen hast du sie gesehen ich kann so was uns war sie egal geisteskrank es sind jetzt noch es sind jetzt noch zwei unis du hängst sabrina dankeschön geht wieder franzi dankeschön für das gift von der polische holt euch noch holt euch noch die die truhe die truhe die truhe die truhe auch du das schaffst mich sehr gespannt wir sind ein sehr starkes team ein sehr starkes team ein sehr starkes team tschüss film mit garland was das ja noch nie gesehen garland oder mir ist garland ein herz für dich mein bester und das ding ist weil phil ist privat ich kann ich nie hier neben meinen topspot ansehen alter ja phil der bre phil muss ich noch einmal abholen warum ach so ich habe erzählt ich hoffe es ist ok was ach du hast mir den stream erzählt nein du hast mir geschickt auf dings ach so just your fiener ey irgendwann müssen wir mal Eugenranglisse pushen das wäre so lustig ey ist ja so witzig und Eugen war immer so top einfach einfach so random nice und war mal top fängst du jeder fragt dir an der ist und wo es geht ab jaja für alles nur alles gut echt war er da zehn münzen hast du hast bekommen du hast auch geschenkt auswählen drücken ja geschenkt auswählen jetzt kannst du muss ich jetzt rein schicken nein ich kann es auch muss noch nicht schicken ok aber schick mal dankeschön für die ganzen tschüss 20 zu krank ja ich hab so viel so viel drüber ich noch nie mal im stream alter wenn wir einfach heute oh loki lohnt es doch noch marco soll noch ranglisse angreifen soll ich doch diese woche alle meinen topspot erholen wissen wir wir sind dieses ach hat sich keinen fernschen noch hart dann bleibt es noch live nicht mehr leicht ich will auch dass ihr eure eure kiste holen könnt dann gehen wir auch gleich offline ja marco ist immer eine glückssache manchmal kommt man glaubt neue karten dings rauf eugen dank für die cap 18 18 münzen ja so sagt man münzen das ist so witzig der hat ein bisschen zu viel das macht schon spaß ne das ist diese das ist nicht süchtig diese kacke das ist er ist glückssache julien dank für die weights tschüss nicht mehr die tschüss ich würde niemand so viel schicken niemand so viel schicken kriegst alles zurück bruch ist alles zurück holt ihr holt aber für mich das beste steak was es gibt alle anderen abstand erste kasse ist echt eine kranke welt hier bei tik tok live ist so crazy überlegt mal es zeigt tausend euro kostet steak wie für mich 89 euro also viel mehr auszugeben jetzt der ausgeben jetzt das ausgegeben jetzt und ich habe nicht mal website oder zu diesem herzen wegen über 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 app phil ich bin noch ein paar tage nur paar tage und luke langer will ein stempel und da schnell wie viel danke für die ich habe gehackt ich hoffe du hast gehackt wenn du wenn du hack hast wenn du hack hast sagt bescheid du bist du marco hat auch immer gern 14 tage wohin gehst du für welche welche insel noch mal mikonos oder sandorini karabro af sandorini war einfach 40 km wind und hier ist schon gut windig ab und zu er kann das einfach verpasst vielleicht untersteller gesendet eugen hatten das sender gesendet der krank wirklich ist diese app macht so sich die haben so krass gemacht diesem sucht faktor zwar auch so bock darauf zu klicken diese animation zu sehen aurona dankeschön für die ganzen münzen auch an lilly dankeschön danke 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 kommt noch kisten ist sind hier voll viele kisten geier im stream drin wusste dass das voll viele wirst so stream hopping machen und bei anderen leuten kisten geiern und dann woanders schicken ja ja machen mein spotter manchmal auch bei aurona stark dankeschön marco wichtiger marco sehr sehr wichtiger dings vielmehr besser lang die cap würde so was nie machen ja du du gehst doch du gehst immer tanke aufladen zack zack weiß wie marco auflädt der weg geht etwas zu tanken zur tankstelle hau squeeze squeeze will be good thank you so much gefreut ich bin jetzt noch live bis sie bis bis die die truhe öffnen könnt von aurona und dann geht dabei offline und er kommt das auch 100.000 like schaffen für noch 5k likes schaffen wie sie oder jeder einmal auf tippt auf dem bildschirm einfach fast ranken sei auf was fragen dass wir kommen alter lol aber ja kannst du ja davon kannst du vier steaks holen ja marco natürlich weiß ich schon ich habe doch habe doch natürlich schon erzählt aber was krass ist kommen wir als streamer bekommen ja nur 40 prozent davon das ist so krass 40 prozent einfach davon mach einen account switch day mit lenny 100k was für 100k 100k likes let's go freunde sehr stark sehr stark gute nacht an 0 5 9 7 5 aber auch auf ig auf eier wenn er auch wenn er nur story oder john bro die war in die war monaco dann ok von nach 50 sekunden könnt ihr hier attacke machen damit er auch noch eure truhe holen aurona dankeschön vero ist fehlt das fehlen noch 80 kaps rangliste 86 kaps rangliste diese woche schaffen wir nicht diese woche aber lasst uns zusammen angriff machen auch am 14 august am 14 august 0 uhr um 14 august marco ist dabei vielleicht gerade dabei vielleicht fehlt dabei weiß nicht auch ohne weiß ja auch nicht vero weiß gleich marcel keine ahnung genau freunde ab 14 august die woche am 14 august mal gucken was passt da was wie wir da und platzieren können es tut mir doch so leid ich würde alles tun ohne urlaub aber auch schön ach marcus wird schon wieder alles gut tee trinken abwarten was wir wollen am 14 august angriff machen auf rangliste angekommen auf rangliste ok freunde also ich danke dir wir sind die ganze woche live february kann es einen guten nacht sagen für clemens und balli macht balli und clemens und alle anderen und alle anderen auch und auch eugen und dankeschön fürs zuschauen was hier bis top 10 eugen brach ist top 10 diese briss das ist geisteskranken top 10 57.000 punkte hat er als kontakt ist und hat nach welcher video fehlt ungefähr ungefähr 7.000 7.000 das ist immer 7.000 euro top 10 das ist sogar ist ja man normal es ist auch ganz komisch auch viele sagen so mit dings und sowas mit geldwäsche oder so was kam was die nummer eins hat gerade fast 20 k 20 k bekommen und davon bekommt die person halt keine ahnung 8 k das ist ganz so jetzt also es ist echt ganz kreativ aber das ist immer irgendwie steht immer den link vom stream wenn wir am dings auf 14 august live sind wenn man nachts attacke macht so da kann man das schon man muss halt gut halten können also wenn man attacke macht am 0 0 kann man das recht gut halten aber muss halt aber muss der vorn rein dabei sein jetzt halt jetzt halt krass schwer weil jetzt immer noch 80 kann entfernt von der rangliste alleine dann bräuchte man jetzt schon noch so mit ich müsste ganz tag live sein und das irgendwie hinzubekommen ok freunde ich danke fürs zuschauen danke für alles eugen dicker wirklich wie für ein bieb mein nacken nächsten vier male job job den follow bei allen mein top support an wie immer einen dicken kurs an alle fan members hier die auf der plus gedrückt haben und meine videos anschauen morgen mögen sie ohren schwarz kenne ich meine ohren schmalz mag spaß 3,3 k tschüss digga wirklich viel zu viel ja ich danke dir eugen meine zahl meine zahl oh shit ok freunde dank fürs zuschauen geht's auf geht's auf leine aber nicht krass hier schon das schon ist das schon süß das schon sehr süß die verschickt schickte mal alle ein herz in den chat 3 3 ich wollte mir mal 3 krass heute mir mal 3333 tätowieren lassen damals vor acht jahren weil ich im dritten sechsten geburtstag habe und dann diese dreier reihe da war und ich fand die dreier reihe immer voll die geile zahl krass man auf jeden fall schicken wir einmal alle ein 333 in die kommentare und ein herz 333 sehr stark love you love you too luca herz für euch leute macht's gut schlaf gut sleep well pass auf euch auf und wir sehen uns auf jeden fall bald wieder morgen oder so kurs an euch alle schlaf gut und jetzt danke fürs dabei sein bei dem wunderschönen stream bis dann